diese schöne anhänger in 3d bilder die zeige ich euch wird mit acryl gemalt ein bisschen arbeit verbunden aber die sehen nachher richtig schön aus also bis gleich heute möchte ich euch mal was ganz besonderes zeigen wir hoffen dass es klappt und zwar habe ich hier eins mit acryl gemalt in 3d gibt auch wieder verschiedene schichten und jetzt das ist ja aus dem förmchen jetzt möchte ich euch das zeigen in so einer fassung da brauche ich zuerst das breite klebeband das lege ich hier hin das mal hier drauf und dann müssen wir das hier festkleben damit wenn ich nachher das da drauf du unten nicht durchläuft ein bisschen weiter schneiden wir ab und damit mir das nicht immer rutscht du ich noch quer ein anderes tesafilm festbinden so das machen wir hier fest hier festkleben hier festkleben das wollen wir nachher da vorne rein tun noch gerne seit so ok haben wir das mal fest und nicht vergessen mal eine unterlage drunter sonst habt ihr arbeitsplatz versaut den können wir jetzt nämlich noch einmal umdrehen wenn ihr so ein habt und von hinten noch mal dagegen drücken dass es auch gar schön fest ist so jetzt hier hat das muss jetzt etwas noch was steifer etwas zähflüssiger werden und dann möchte ich das in ganz hellblau haben so jetzt ist es etwas zähflüssiger jetzt tue ich das zum anruhen ich brauche ja nicht viel ist ja nur ein paar tröpfchen hier in dieser form rein weil da kann ich die resten nachher raus ziehen habe nichts was ich wegwerfen muss da kommt jetzt was harz rein ich brauche ja nur erstmal die untere schicht weil die ist ja in mehreren und ich möchte sie ganz in hellblau deshalb kommt da jetzt nicht da sondern ich tue sie daneben und kann mir dass das immer hier zuschieben so wie ich das möchte so das würde nämlich hier verdammt sich was dunkler so rum ok und dann muss das wieder trocknen es ist wieder etwas aufwendiger aber lassen uns mal überraschen wie es nachher wird so ok das lassen wir trocknen und er kommt nachher mit weiß acryl so bäumchen bäumchen hin und unten der rasen hier möchte ich etwas dunkler also jetzt rühre ich das andere an seht ihr und das kann ich nachher wenn das trocken ist wunderbar raus heben raus ziehen dann habe ich nicht irgendwas versaut was man aber auch machen kann habe ich schon ein video gezeigt also ich zeige euch das mal eben und zwar hier von toffifee und da diese form schön guck da habe ich schon mit schwarz mal gehabt geht wunderbar das wird dann nachher weg man muss nicht immer alles gleich kaufen man kann es auch so so da noch was hier da habe ich so ein schimmer ich glaube das seht ihr hier nicht so ein einhauen mit flügel das möchte ich hier drauf tun aber das müsste jetzt auch ist auch in verschiedenen mehrere schichten erst mal trocknen so nur die untere schicht nicht zu viel ok jetzt lasse ich das erst mal trocknen jetzt sind die trocken jetzt kann ich sie hier von abziehen von dem klebeband wunderbar hat wunderbar hinten ja seht ihr gehalten nichts daneben gelaufen können wir wegwerfen jetzt tue ich da das ist ja in 3d werde ich zuallererst die bäume und der rasen was malen hier habe ich mir schon die sticker hingelegt die ich nachher auch brauche und zwar jetzt habe ich hier eins das wird hier ausgeschnitten so ein sticker dann habe ich aber aber das fand ich jetzt ein bisschen klein das muss man auflösen im wasser das ist so für auf nägel geht aber wunderbar das war der den ich hier eingearbeitet habe da der schmetterling und hier die katze das sind so wassertransparent druck nagelkunst aufkleber sind auch kommt eben darauf an wofür man es braucht so hier wie werde ich jetzt zuallererst mir ein klein bisschen weiß brauche ich nicht viel das gold hole ich mir nachher hier aus das ist ja nur für den mond oder die sonne oder weil das jetzt da sein soll so da auch nicht viel ist ja nur für den rasen ok hier möchte ich die bäumchen mit die kapsel hier kommt nachher dieses ein horn hin nein genau umgedreht so ok jetzt mache ich aber zuerst der baum natürlich mit dem zahnstocher hier kurz in die acrylfarbe rein und mal mir dann hier zuerst der stamm dann möchte ich da noch einen haben ein bisschen unten breiter hier so die äste bisschen zackig so rum es geben da bestimmt auch sticker die man bloß abziehen braucht man braucht es da nicht wie ich jetzt hier tue mit der zahnstocher so das reicht schon den zahnstocher eben abputzen im küchentuch so und jetzt nehme ich mein rasen das lassen wir jetzt auch trocknen und dann kommt harz drüber und dann muss man nochmal anmalen so damit man dieses 3d effekt kriegt so das lassen wir jetzt trocken hier möchte ich auch so ein bäumchen haben das war ein bisschen zu viel lieber öfters mal so so dann hier und wenn irgendwas sein sollte dass ihr was verrutscht oder nicht so klappt dann nimmt der nagellackentferner und dann geht das wieder weg habe ich mit dem punkt anhänger ist mir das passiert ich packe da direkt drauf wie ich tollpatsch ja manchmal so weit kann habe ich aber mit nagellackentferner weg gemacht und dann habe ich nochmal neu machen müssen so da kommt nachher auch wieder harz drauf seht ihr es ist ja noch nicht bis oben an voll da seht ihr es passt also noch genug drauf also jetzt wieder mal trocknen lassen jetzt haben wir alles trocken jetzt machen wir die nächste schicht das wollte ich euch zeigen seht ihr es geht wunderbar ab wenn ihr das hier drin macht und so könnt ihr das nachher mit dem feuchttuch so ein baby feuchttuch wunderbar sauber machen jetzt nehme ich hier das nächste kommt etwas harz habe ich angerührt und da brauche ich ganz ganz hell blau wollte ich also wieder nur einen tropfen und damit mir das nicht zu viel wird tue ich den daneben und schieb den jetzt vorsichtig seht ihr das mal langsam erstmal rein weil ich es ja nur hell möchte wenn ich den tropfen direkt da rein getan hätte dann würde ich schon reichen dann wäre mir das nachher zu dunkelblau so das würde mir schon reichen ok damit tue ich das jetzt hier drauf ich nehme das in die Hand das geht einfacher so das muss jetzt wieder trocknen weil ich dann da drauf der nächste baum mache so ok das lassen wir jetzt trocknen da habe ich mir auch noch ein paar Sternchen habe ich gesehen habe ich fertig getan hier kommt ja nachher das Einhorn und hier mein Kätzchen aber das lassen wir jetzt wieder trocknen weil dann kommt der baum wieder trocknen also bis nächste jetzt ist es trocken jetzt müssen wir nochmal malen ist eben ein bisschen aufwendiger aber ich fand das Ergebnis war schön so also wieder weiß für den baum so und im Gäschchen grün für den Rasen so halt das reicht schon da habe ich mal zwei so drei so Sternchen ich wollte mal wissen wie das wirkt drauf getan die sind auch schon fest jetzt malen wir wieder also hier in dem weißen rein der baumstamm und wieder quer fällt ein den machen wir da was in die Ecke damit der da hinten zur Geltung kommt so dann geben wir etwas die Zweige die Zweige ok so na nicht so viel sollten ja jetzt noch ein paar dünner kommen dann nachher grün hier geht es genau dasselbe dann machen wir einen hier mittendrin so und hier würde ich vielleicht mit dem einen aufhören abputzen und wir nehmen hier unten ein bisschen grün wieder na das habe ich jetzt nicht so geholt aber ok ist auch nicht so schlimm und mein Ketzen gucken wir mal ist jetzt hier so da drauf so dann kann ich nämlich jetzt besser sehen was ich noch machen müsste halt das war das grüne hier noch ein bisschen hoch und dann noch ein bisschen grün hier man kann das immer hinterher denn besser sehen so da wollte ich ja mein Einhorn drauf so ok das klebt nachher wenn mein Harz drauf tut wunderbar jetzt tue ich da ein bisschen gold ein bisschen gold oben so das muss jetzt wieder alles trocknen und dann kommt nachher das Harz da drauf ok dann lassen wir es jetzt erstmal trocknen und dann tun wir das Harz drauf jetzt habe ich noch einmal eine Schicht drauf getan da seht ihr jetzt ist es wunderbar ist auch schon trocken ich weiß nicht seht ihr das hier im Video wie es glänzt hier auch diese drei dahinter die Bäume und dann noch einmal hier sieht man es sehr gut dahinter die Bäume und dann noch einmal die Schneu gemacht haben mein Einhorn hier ist ein schwarzes sieht man besser das war jetzt mal ohne solche Anhängerform eine normale Form da sieht man es auch gut dafür kommen aber hier geht es diese Sticks nicht so zur Geltung aber das ist am allerbeste und wenn ihr das ein bisschen durchsichtig macht seht ihr dann glänzt das auch noch was so ok über meinen Harzschmuck habe ich ein E-Book geschrieben Taschenbuch geschrieben das habe ich euch unten verlinkt und wenn es euch gefallen hat geben sie uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal